Die verschwenderische Millionärstochter Eve soll enterbt werden, falls es ihr nicht gelingt, ihren seit Jahren verschwundenen Vater Bradley aufzutreiben. Er hat mir jetzt seit über drei Jahren nicht geschrieben. In der letzten Nachricht, die ich von ihm erhielt, hieß es, er sei in Afghanistan. Warum? Bentik hat einen Richter in London dazu gebracht, ihren Vater für tot erklären zu lassen. Was? Zehntausend Pfund. Und das Benzin zahle ich extra. Für die Suche nach ihm engagiert sie den erfahrenen Piloten Patrick. Okay, was wollen Sie mit den Tinkern? Verfolgt von Schergen, die Bradleys Ex-Geschäftspartner auf sie gehetzt hat, führt der Weg bis in die chinesische Provinz. Wir sprachen sehr oft über mein Dorf in Nepal. Sehr schön. Und warum bist du nicht mitgegangen? Vor vier Jahren wurde ich gefangen genommen von Sulamankan. Und mein Bruder wurde getötet. Er wurde zu Tode gefoltert, während ich zusah. Wird das ungleiche Paar es schaffen, den Vater aufzuspüren? Wird er sie in das ferne London begleiten? Seit Jahren bekämpfen wir die britischen Hunde. Dieses Land ist unser Land. Weil wird jeder ungläubige Engländer tot sein. Wir sind keine Engländer, wir sind Amerikaner. Sie hat diese Frau, sie soll ihren Mund halten. Ein klassischer Abenteuerfilm mit Top-Besetzung. Bess Armstrong, Mr. Magnum, Tom Salley und Wilford Brimley. Bekannt aus John Carpenters Das Ding. In einem aeronautik Leckerbissen im Indiana Jones-Stick. Sehen Sie sich meine Dorothy an und dann sagen Sie mir einen einzigen Grund, warum ich Sie mitnehmen sollte. Weil er mein Vater ist. Höllenjagd bis ans Ende der Welt.